Das könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Iraola. Pirlo. Schöne Flanke. Giovinco. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschuss leicht. Klasse gemacht. Kompromisslos vorgetragen. Alles in allem. Hier nochmal schön in der Wiederholung zu sehen. Ja, schön durchgesetzt. Kaum eine Chance.